Ein Münzpack. Vielleicht bringt uns ein Münzpack Glück. Also nicht das Münzpack, sondern das nächste Münzpack. Oder man zieht auch wirklich nur den geistigen Dünnschiss. Noch Münzpack? Back to back, jetzt kommt was Gutes. Ach, Digger, die kosten halt auch alle nicht mehr. Die Welt. Bitte. EA, ich hab mir die Legende verdient. Wallabila, ich hab sie mir verdient. Ist das denn, Digger? Lars Ricken aka Lars Ficken. Ja, Digger, hab ich aber auch schon mal gezogen. Ach, Digger. Ja, also ganz ehrlich. Ja, Digger, also der hat mal ein paar... Also das ist wirklich ein Witz. Das ist wirklich eine Frechheit. Also das ist, Digger, das ist mein Highlight jetzt aus dem 20-Euro-Pick oder was?